Mittelmeer, Spätherbst 1941. Nach einer ganzen Serie empfindlicher Verluste sind der britischen Mittelmeerflotte nur noch zwei größere Einheiten geblieben. Die Schlachtschiffe Queen Elizabeth und Valiant, die nun die britische Seemacht im Mittelmeer repräsentieren. Mit Volldampf steuern sie hier den Hafen von Alexandria an, um im Schutze der dortigen Verteidigungsanlagen Zuflucht zu suchen. Doch gerade hier sollten sie angegriffen werden. Ein ungewöhnliches Beispiel von Mut und Können, sagte Churchill, als er hörte, dass diese zwei mächtigen Schlachtschiffe mit zusammen 2000 Mann Besatzung von nur vier italienischen Torpedoreitern kampfunfähig gemacht worden waren. Seit dem Sommer 1941 ist es erklärtes Hauptziel der britischen Mittelmeerflotte, die deutschen und italienischen Konvois zu zerschlagen, die die unter Rommel in Nordafrika kämpfenden Truppen der Achse versorgen. Im Herbst 1941 wird deshalb deutscherseits eine beträchtliche Anzahl U-Boote aus dem Atlantik abgezogen und in das Mittelmeer verlegt. Sie sollen die Konvois schützen und den Nachschub für die Armee Rommels garantieren. Am 13. November 1941 wird der größte britische Flugzeugträger im Mittelmeer, die Ark Royal, östlich von Gibraltar, von einem deutschen Schiff torpediert. Obwohl die Begleitschiffe sofort Rettungsaktionen einleiten und man versucht, die Ark Royal in den in Sichtweite liegenden Hafen von Gibraltar abzuschleppen, sinkt der Flugzeugträger. Der nächste Schlag fällt zwölf Tage später im östlichen Mittelmeer. Am 24. November verlässt der Hauptteil der britischen Mittelmeerflotte seinen Stützpunkt Alexandria. Die drei letzten schweren Großeinheiten im Mittelmeer, das Flaggschiff Queen Elizabeth und dessen Schwesterschiffe Barham und Valiant, sollen die italienischen Nachschubwege blockieren. Am nächsten Nachmittag erschüttert eine schwere Detonation den Verband. Drei Torpedos eines deutschen U-Bootes haben gleichzeitig die Barham getroffen. Das schwer beschädigte Schlachtschiff bekommt augenblicklich Backbord-Schlagseite. Die verzweifelte Mannschaft unternimmt alles Erdenkliche zur Rettung des Schiffes, obwohl es sich ständig weiter auf die Seite legt. Da zerreißt plötzlich eine gewaltige Explosion die Barham. Eine riesige, rötlich-graue Wolke steigt auf, während sich der Koloss unter ihr Kiel oben dreht, sich noch einmal aufbäumt und dann mit fast 900 Mann Besatzung in die Tiefe sinkt. Den Engländern sind nun im gesamten Mittelmeer noch zwei Schlachtschiffe geblieben. Ihnen stehen fünf schwere italienische Einheiten gegenüber, die zum Teil als modernste Schlachtschiffe gelten. Admiral Andrew Cunningham, der von seinem Flaggschiff Queen Elizabeth aus die Mittelmeerflotte befehligt und vor dessen Augen sich die Tragödie der Barham abgespielt hat, beordert seinen Verband in Richtung Alexandria, um dort einen günstigeren Zeitpunkt für einen neuen Einsatz abzuwarten. Der Hafen von Alexandria ist stark geschützt und wird bestens bewacht. Schon 30 Seemeilen nordwestlich des Stützpunktes legt die britische Home Fleet ein mehrere-seemeilen-langes Minenfeld. Sechs Seemeilen vor der Hafeneinfahrt werden in zehn Meter Tiefe mehrere kreisförmige Minensperren mit Fernzündung ausgelegt. Dicht vor dem Hafen schwimmen die Kabel eines automatischen Alarmsystems. Daneben bilden die zahlreichen Sandbänke um den Hafen ein natürliches Hindernis, das herankommenden Schiffen keine freie Kurswahl lässt, da es in eine ganz bestimmte, sorgsam überwachte Fahrrinne zwingt. Das große Hafenbecken, der eigentliche Liegeplatz der Mittelmeerflotte, ist von der offenen See durch die kilometerlange breite Westmole und eine kürzere Ostmole getrennt. Die knapp 200 Meter breite Lücke zwischen diesen beiden Molen ist die Hafeneinfahrt, die durch drei dichte Stahlnetze vollständig gesperrt ist. Ein groß angelegtes See-, Luft- und Landbeobachtungssystem sichert den mehrere Quadratkilometer umfassenden Raum Alexandria. Küstenbatterien und Befestigungsanlagen geben dem Hafen ausreichenden Schutz. Über das Hafengebiet und besonders die Molen werden zahlreiche Flakbatterien und Wachtürme verteilt. Nachts wird die Bucht bis auf mehrere Kilometer weit ins Meer hinaus vom lichtzahlloser rotierender Scheinwerfer erfasst. Nach der Rückkehr von ihrem vorläufig letzten Einsatz gehen die Queen Elizabeth und die Valiant im Innern des Hafens vor Anker. Sofort werden um jedes der Schiffe Netzkästen ausgelegt, die ihren Mannschaften zusammen mit den Verteidigungs- und Sicherungsanlagen des Stützpunktes das Gefühl vollkommener Geborgenheit vermitteln. Die Besatzungen sind bemüht, dass die beiden Schiffe während der Zwangspause nichts an Aussehen und Kampfkraft einbüßen. Es ist inzwischen Mitte Dezember 1941 und die Matrosen der britischen sowie der gegenwärtig hier internierten französischen Flotte rüsten für das Weihnachtsfest. Japan steht seit dem 7. Dezember im Krieg gegen die USA und die britische Pazifikflotte hat schwere Verluste erlitten. Doch spürt man hier in Alexandria, wo die Mittelmeerflotte ruhig in der Sonne liegt, wenig von diesen Geschehnissen. Das 32.000 Tonnen Schlachtschiff Queen Elizabeth und deren Schwesterschef Valiant die der Kern der Mittelmeerflotte sind, bilden, obwohl schon zu Beginn des Ersten Weltkrieges in Dienst gestellt, jedoch mehrfach modernisiert, einen erheblichen Machtfaktor. Sie sind seinerzeit die ersten Schiffe mit 380-Millimeter-Kanonen gewesen. Als die ersten großen Schiffe werden sie mit Öl statt mit Kohle betrieben. Und als erste Schlachtschiffe erreichen sie mehr als 24 Knoten pro Stunde. Jedes der Schiffe hat fast 1.000 Mann Besatzung. Obgleich um fast ein Drittel leichter als die modernsten deutschen Schlachtschiffe Bismarck und Tirpitz verfügen beide Schiffe über das gleiche Geschützkaliber und eine ebenso starke, ja teilweise sogar stärkere Bepanzerung als ihre deutschen Gegenstücke. An Bord der Queen Elizabeth ist im Jahre 1918 die Kapitulationsurkunde der deutschen Kriegsmarine unterzeichnet worden. Dezember 1941 geht für sechs italienische Marineoffiziere, die die in Alexandria liegende Mittelmeerflotte endgültig vernichten sollen, die Sonderausbildung ihrem Ende entgegen. Zweimal hat die italienische Flotte bisher vergeblich versucht, gegen Alexandria vorzugehen. Die Waffe, mit der dieses Ziel erreicht werden soll, ist eine italienische Erfindung. Ein Torpedo von fast sieben Meter Länge mit einem Durchmesser von einem halben Meter, auf dem zwei Mann im Reitsitz fahren können. Es wird von einem nahezu geräuschlosen Elektromotor angetrieben und erreicht eine Geschwindigkeit von vier Kilometer pro Stunde. Seine Reichweite beträgt etwa 16 Kilometer, die Tauchfähigkeit circa 30 Meter Tiefe. Der vordere Teil des Torpedos ist abnehmbar. Ein 1,80 Meter langer, etwa 300 Kilo schwerer Sprengkopf, der sich durch Lösen einer Flügelschraube leicht entfernen lässt. Mit einem Seil, das durch einen entweder an seiner Spitze oder auf dem Rumpf angebrachten Ring gezogen wird, kann er dann überall befestigt werden. Hinter einer Schutzhaube verbergen sich Steuerungsanlage und Armaturen. Die Akkus und Motoren sind hinter dem Sitz des Steuermannes untergebracht. Außerdem ein Soforttauchtank, der mit Pressluft arbeitet. Der Mittelteil des Torpedos ist ein Ausgleichstank, der das Auf- und Abtauchen ermöglicht. Die Rücklehne des zweiten Sitzes ist zugleich Werkzeugkasten, der die für die Torpedoreiters wichtigen Geräte wie Stahlschere, Klammern zum Befestigen des Sprengkopfes am Schiffsrumpf und einen Pressluftnetzheber enthält. Über ihren Tauchanzügen tragen die Torpedoreiter den sogenannten Davis-Apparat, ein in England patentiertes Atemgerät, das in Lizenz in Italien gebaut wird. Es reicht für etwa 6 Stunden Aufenthalt unter Wasser. Für den Transport zum Einsatzgebiet wird man die Torpedos in wasserdichten Behältern auf dem Rumpf eines U-Bootes befestigen. Dort angekommen, taucht das U-Boot nur so weit auf, dass die Behälter mit den Torpedos noch im Wasser bleiben. Durch das Turmlug steigen dann die Froschmänner aus, schieben die Torpedos aus ihren Behältern direkt ins Wasser und nehmen, wie während dieser Übung, sich an ihren Leuchtkompassen orientierend, Kurs auf ihr Ziel, das für sie den feindlichen Stützpunkt markiert. Sie fahren auf Brillentiefe, die für Feindfahrten gebräuchlichste Tiefe. Im Moment echter Gefahr können sich die Torpedos innerhalb von Sekunden durch Schnelltauchen dem suchenden Feind entziehen und sich ihrem Ziel tiefer unter Wasser nähern. Die Überwindung von Netzsperren wird besonders sorgfältig geübt. Zunächst versucht man, entweder unter dem Netz durchzuschlüpfen oder darüber hinweg zu fahren. Ist dies unmöglich, lässt man das Torpedo auf den Meeresgrund hinabgleiten, nimmt die Netzschere und bahnt sich so den Weg in das Innere des feindlichen Hafens. Dann geht man wieder auf Brillentiefe, bis auf etwa 30 Meter vor dem Ziel und taucht dann direkt unter den Rumpf des anzugreifenden Schiffes. Der zweite Mann, der sogenannte Taucher, befestigt nun eine Klemme an einem der beiden Schlingerkiele, die größere Kriegsschiffe beiderseits des Rumpfes besitzen. An die Klemme knotet er das Seil, das durch den Ring am Sprengkopf gezogen und mit einer zweiten Klemme am gegenüberliegenden Schlingerkiel festgemacht wird. Als letztes wird der Zeitzünder des Sprengkopfes eingestellt. Die zwei Torpedoreiter suchen das weiter und können, wenn sie das Glück haben, dass ihr Torpedo noch eine Weile läuft, sogar der Gefangennahme entgehen. Die Torpedoreiter, die ihre Gefährte Mayalas Schweinchen nennen, sind zusammengefasst in der sogenannten Kleinstkampfmitteleinheit, deren Begründer der Kapitän zur See Fürst Junio Valerio Borghese ist. Borghese hat seine Wahl für den Einsatz gegen Alexandria getroffen. Drei Torpedos werden in den Hafen eindringen. Das erste mit dem 27-jährigen Kapitänleutnant Luigi Durante la Penne, der zugleich Anführer des Angriffs ist, wird die Valiant angreifen. Hauptmann Antonio Marcellia, die Queen Elizabeth, während Hauptmann Vincenzo Martellotta und Taucherfeldwebel Mario Marino einen Flugzeugträger angreifen sollen. Während noch das Training der Torpedoreiter läuft, baut eine Sonderabteilung der italienischen Marine anhand von Karten, Skizzen und Luftaufnahmen ein Modell des Hafens von Alexandria, bei dem alle aus der Perspektive der Torpedoreiter sichtbaren Einzelheiten berücksichtigt sind. Insbesondere alle Sicherungsvorkehrungen wie Unterwasserhindernisse, Patrouillenboote, Position der Geschütze und so weiter. Anhand des Modells ist eine bis auf die Minute exakte Planung des Angriffs möglich. Die Meteo- und Hydrographischen Berichte werden eingehend studiert, ebenso wie die Berichte der in Alexandria tätigen italienischen Agenten, die den Verkehr im Hafen bereits seit Monaten beobachten. Ihre Informationen über die schwächsten Stellen der Hafensicherung sind vor allen Dingen für die Torpedoreiter wichtig, die nach dem Angriff im Hafen an Land gehen und sich in der Stadt verbergen sollen. Es wird ein besonderer Code ausgearbeitet für die letzten Meldungen der Luftaufklärung, die das U-Boot unmittelbar vor Aussetzen der Torpedos erreichen sollen. Am Modell eines Schlachtschiffes der Queen Elizabeth-Klasse werden alle charakteristischen Merkmale dieser Schiffe studiert. Nichts soll dem Zufall überlassen oder improvisiert werden. Fregattenkapitän Ernesto Forza ist seit einiger Zeit zum Chef der Kleinkampfmitteleinheiten ernannt worden. Die Einheiten sind zur Tarnung umbenannt worden in 10. Schnellbootflottille. Forzas Amtsvorgänger, Fürst Borghese, übernimmt als Kapitän das U-Boot Schiere, mit dem er selbst die Torpedoreiter nach Alexandria bringen wird. Am 3. Dezember 1941 trifft man im Flottenstützpunkt La Spezia die letzten Vorbereitungen und die Schiere verlässt mit drei leeren Behältern auf ihrem Rumpf den Hafen. Offiziell verlautet, das Boot laufe zu einer Übungsfahrt aus. Die Torpedos werden erst nach Einbruch der Dunkelheit außerhalb des Hafens von einem Fährboot übernommen. Um das Geheimnis des Vorhabens zu wahren, wird das Team mit einer Transportmaschine auf die Insel Leros gebracht, wo es vom U-Boot abgeholt werden soll. Sechs Tage später, am 9. Dezember, erreicht die Schiere die Insel Leros. Die Wettervorhersage ist gut und auch die Mondphase ist günstig. Am 14. Dezember verlässt die Schiere mit den Torpedoreitern an Bord die Insel Leros und nimmt Kurs auf Alexandria. Überraschend schlägt das Wetter um und das Boot hat gegen den schweren Seegang anzukämpfen. Doch nicht nur dies. Je weiter es sich Alexandria nähert, desto größer wird die Gefahr der zahlreichen Minenfelder. Am Abend des 18. Dezember 1941 hat die Schiere ihre Position erreicht. Sie ist jetzt nur noch etwa zweieinhalb Kilometer vom Leuchtturm von Ras-El-Tin, dem Wahrzeichen des Hafens von Alexandria, entfernt. Das Boot liegt in Turmhöhe aufgetaucht. Ein zweites U-Boot wird einen Tag später vor der Nilmündung gegenüber der Stadt Rosetta Position beziehen und auf die Torpedoreiter warten, die nach dem Angriff an Land gehen, sich ein Fischerboot beschaffen und bis zum ersten Weihnachtstag beim U-Boot einfinden sollen. Das Wetter ist ideal, die See wieder ruhig und sogar das Leuchtfeuer auf dem Turm von Ras-El-Tin wird ausgeschaltet. Der Kommandeur des Unternehmens, Kommandante Luigi Durant de la Penne, erinnert sich. Alexandria, unter Seeboot Cire, Nacht vom 18. Dezember 1941. Wir sind drei Mannschaften und bereit aufzubrechen zum Angriff. Es ist kalt, etwa acht Uhr abends. Wir bereiten uns vor, ziehen uns an. Das U-Boot taucht auf und wir steigen auf das Deck. Das U-Boot taucht wieder unter und wieder auf. Wir ziehen die Torpedos heraus. Es ist kalt, es ist dunkel, es herrscht Schweigen, das Meer ist ruhig. Und bald sind wir an der Arbeit. Das Meer ist schmutzig, da wir starkes Hochwasser gehabt haben. Während wir die Torpedos aus dem Lug nehmen, bleibt das U-Boot an der Oberfläche. Ich habe zu dieser Zeit schon drei Angriffe hinter mir. Zwei auf Alexandria, einen auf Gibraltar. Und ich weiß, dass es wichtig ist, den Verband nah beieinander zu halten, um jeden psychologisch zu zwingen, alles besser zu tun und überhaupt heiterer zu sein. Und so befinden wir uns an der Oberfläche und starten nach Alexandria. Die Navigation ist einfach. Ist vereinfacht vor allem durch die Tatsache, dass plötzlich der Leuchtturm von Rasseltin aufleuchtet. Ich kann diesen Punkt ausmachen und unsere Position kontrollieren. Wir nähern uns den Absperrungen. Diese Absperrungen sind unsere Hauptgegner. Während die Schiere sich auf Heimatkurs begibt, fahren die Torpedos so nahe, dass sie die Schatten der Wachtposten wahrnehmen können, die Westmole entlang in Richtung der Fahrrinne zur Hafeneinfahrt. Ein Wachboot patrouilliert dort und wirft ab und zu Wasserbomben. Am Ende der Westmole stoßen sie auf die mächtige Sperre der Einfahrt. Ein dreifaches Stahlnetz. Sie tauchen ab auf der Suche nach einer Öffnung und sehen, dass an den Netzen Sprengkörper hängen. Die Pressluft-Netzscheren machen allerdings auch viel zu viel Lärm, um sie hier zu benutzen. Also taucht man wieder auf, um eventuell über die Netze hinwegzufahren. Es ist Mitternacht, als plötzlich der Leuchtturm der Hafeneinfahrt eingeschaltet wird. Die Sperren öffnen sich, um einen Transporter und drei Zerstörer in den Hafen einzulassen. Die Italiener reihen sich ein und gelangen unbemerkt in das Hafenbecken. Kurz darauf trennen sich ihre Wege. Der Lapenne fährt zwischen den Einheiten der hier internierten französischen Flotte durch, am Schlachtschiff Lorraine vorbei, während die beiden anderen einen großen Bogen um die kleine Mole machen und in der Nacht verschwinden. Der Lapenne fährt mit dem Taucherfeldwebel Emilio Bianchi nach links in Richtung der Valiant. Wenige Dutzend Meter von der Valiant entfernt, stößt er auf den Netzkasten des Schlachtschiffes. Die beiden Männer heben ihr Gefährt über das Netz hinweg und fahren dem riesigen Schatten entgegen. Ich bin dann bei vier bis fünf Meter Tiefe vorwärts gefahren auf die Mitte des Schiffes zu. An jenem Punkt habe ich einen guten Augenblick lang sogar das Schiff gestreift. Als ich das Schiff streifte, musste ich das Torpedo anhalten. Und um mein Torpedo anzuhalten, musste ich eine bestimmte Handbewegung durchführen. Doch meine Hände waren eiskalt und so steif, dass ich das Torpedo nicht anhalten konnte. So blieb das Torpedo ein wenig gegen das Schiff gelehnt. Das Torpedo sackte plötzlich auf den Grund hinab, wobei es gleichzeitig vorwärts fuhr. Es hatte sich dann ein wenig auf dem Grund bewegt und dann war es blockiert. Ich habe meinen Taucher gebeten, nachzusehen, was los sei und wartete. Und während ich so wartete, wurde mir mit einem Mal bewusst, dass eine Stille herrschte, die gar nicht normal war. Also habe ich nachgesehen und festgestellt, dass mein Taucher verschwunden war. Und dann sah ich plötzlich ein, dass unsere Mission zu Ende war in diesem Augenblick. Ich merkte, dass sich ein Stahlkabel um unsere Schraube gewickelt hatte und das Torpedo nicht mehr zu bewegen war. Wir waren auf wenige Meter an das Angriffsziel herangekommen, nach Jahren der Arbeit und der Vorbereitungen. Und nun endete all das so. Ich habe dann versucht, den ganzen Apparat auf dem Grund fortzubewegen, zu tragen oder besser zu schleppen. Das Torpedo war sieben bis acht Meter lang und man muss sich vorstellen, dass es ein ziemliches Gewicht hatte. Vor allem aber, dass es eingesunken war in den Schlamm von Alexandria, der ein beweglicher, zäher Schlamm ist, der einem bis zur Brust reichte. Und nun das Schleppen. Dieses enorme Unternehmen war eine schreckliche Mühe. Aber dann ist es mir gelungen, den Apparat bis unter das Schiff zu ziehen. Ich habe das Torpedo losgelassen, habe noch die Zünder eingestellt und die Instrumente mit Schlamm bedeckt. Und dann bin ich praktisch ohnmächtig geworden. Ich fand mich an der Oberfläche wieder. Zuerst wurde auf mich geschossen. Dann bin ich auf eine der Bojen gestiegen, an denen das Schlachtschiff festgemacht war. Und hier, hinter der Boje, fand ich meinen Taucher wieder. Ich gab ihm zu verstehen, dass die Mission gelungen war und dass die Zünder angebracht waren. Wir haben dann gewartet, bis die Engländer uns holen kamen und uns an Bord brachten. Ich war nun doch sehr besorgt, denn ich wusste, dass ich ja die Ladung, eine halbe Tonne Explosivladung, genau unter dem Munitionslager des Schiffes angebracht hatte. Es war daher auch keine angenehme Sache für uns, die wir schließlich Gegner waren und nun plötzlich Gäste an Bord gerade dieses Schiffes. Zunächst haben wir uns überlegt, dass es besser sei zu fliehen. An Bord hat man mich zwar gefragt, was wir angestellt hätten und natürlich habe ich nicht geantwortet. So setzte man uns denn in ein Boot und brachte uns in Richtung Land. Hier wurden wir von einem Mann mit Pistole in der Hand verhört. Er sagte mir, dass er sehr nervös sei, da wir ihn so früh geweckt hätten, dass er aber sehr gut wisse, was wir angerichtet hätten, auch wenn ich es ihm nicht sagen würde. Dann packte man uns und brachte uns an Bord des Schiffes zurück, wo wir in das Munitionslager eingesperrt wurden, unter dem ich die Ladung ja angebracht hatte. Dort unten waren wir zusammen mit einigen englischen Seeleuten, die sehr freundlich zu uns waren. Sie waren allerdings ein wenig blass. Wahrscheinlich waren wir selbst aber auch blass, weil wir wussten, wie die Wirklichkeit war. Sie ja sicherlich viel weniger. Marcellia und sein Taucher Spartacus Kergat fahren im großen Bogen um die kleine Mole herum. Dann nimmt Marcellia Kurs auf die etwa 300 Meter von der Bailiant entfernt liegende Queen Elizabeth. Sie sind nun schon seit fünf Stunden im Wasser, ermüdet und verkältet zitternd. Marcellia taucht. Sie schleichen unter dem Stahlnetz durch, das die Queen Elizabeth umgibt, und fahren direkt unter den Rumpf des Schlachtschiffes. Innerhalb weniger Minuten ist die Ladung von 300 Kilo Sprengstoff angebracht. Sie tauchen mit dem Torpedo dicht neben dem Schlachtschiff auf und fahren unbemerkt in Richtung des Kai im Handelshafen, wo es nach ihren Informationen möglich ist, unbehelligt an Land zu gehen. Unterwegs legen sie noch kleine Brandbomben auf der Wasseroberfläche aus, die das nach der Explosion des Schiffes auslaufende Öl entzünden sollen. Nahe beim Ufer versenken sie ihr Marjala, das mit einem Mechanismus zur Selbstzerstörung versehen ist. Nach achtstündiger Wasserfahrt kriechen sie dann an Land, verstecken ihre Taucherausrüstung, und es gelingt ihnen, das Hafengebiet zu verlassen. Das dritte Team fährt zwischen den Netzkästen der beiden Schlachtschiffe durch. Die zwei Kurven im Hafeninnern umher und halten nach der Silhouette des Flugzeugträgers Ausschau. Das Schiff ist jedoch vor genau 24 Stunden in dem Pazifik beordert worden. Die Männer machen den flotten Großtanker Sagona aus und befestigen ihren Sprengkopf dicht unter der Wasserlinie am Heck des Schiffes. Dann legen auch sie auf der Wasseroberfläche Brandbomben aus und fahren in Richtung Handelshafen, um dort an Land zu gehen. Doch am Hafenausgang werden sie von den Wachtposten festgenommen. Die Sprengladungen sind nun sämtlich angebracht. Unter der Queen Elizabeth hängt die Ladung dicht unter dem Kesselraum, während auf dem Grund des Hafens, direkt unter der Munitionskammer der Valiant, in der De La Penne und Bianchi eingeschlossen sitzen, der Zeitzünder der zweiten Ladung läuft. Es ist kurz vor sechs Uhr morgens. Um sechs Uhr fünf wird die Ladung hochgehen. Für die Engländer ist es zu spät, Abwehrmaßnahmen zu treffen. Als noch etwa zehn bis zwanzig Minuten bis zur Explosion blieben, habe ich verlangt, mit dem Kommandanten sprechen zu dürfen. Sie brachten mich zum Kommandanten und ich habe ihm gesagt, dass nichts mehr zu retten sei, dass sein Schiff explodieren würde und dass er, wenn er wolle, die Mannschaft in Sicherheit bringen könne. Der Kommandant fragte mich noch einmal, wo ich die Ladung angebracht hätte. Ich habe es ihm nicht gesagt. Und dann ließ mich der Kommandant zurückbringen in das Munitionslager. Dieses Mal war ich allein. Noch während ich die Treppe zu diesem Lager hinunterstieg, sah ich, dass die englischen Seeleute nicht mehr da waren. Auch mein Taucher war nicht mehr da. Zum Glück, heute, weiß ich das, bin ich dort geblieben und habe die letzten Minuten abgewartet. Schwere, lange Minuten. Ich habe es getan. Ja, mit Gewalt und Kraft tun müssen. Es ist nicht einfach gewesen, sich zu überwinden in einem solchen Moment und zu entscheiden, ob man sich von seiner eigenen Ladung vernichten lassen soll oder nicht. Aber ich habe durchgehalten. Besonders auch, weil ich den englischen Seeleuten einmal zeigen wollte, dass die italienischen Seeleute nicht weniger wert sind als sie. Und dann habe ich eine Explosion gespürt. Ich habe vielmehr ihren Beginn gespürt vielleicht. Und dann fand ich mich im Wasser wieder, aus einer Besinnungslosigkeit erwachend. Das Schiff war geborsten. Ich kam also heraus und kletterte dann wieder auf das Schiff und ging auf dem berstenden Schiff entlang. Es waren noch Leute an Bord. Leute, die, während ich vorbeiging, aufstanden und mich grüßten. Ich bin zum Heck gegangen und sah den Kommandanten. Ich sehe den Kommandanten, der mich, während sein Schiff sank, anstarrte, ich weiß nicht wie, noch heute vor mir. Er war sicherlich ein starker Mann und ein guter Seemann. Und während ich noch wartete, betrachtete ich das Heck. Ich schaute auf das Heck. Die Sonne ging auf über unserem Heck und über dem Heck der Queen Elizabeth. Und in jenem Augenblick, während ich noch schaute, explodierte auch die Queen Elizabeth. Um diese Zeit tut der britische Kanonier A.G. Wilkins Dienst. Am 19. Dezember 1941, ich war Kanonier an Bord von HMS Queen Elizabeth, auf der Befehlsstelle der leichten Flakgeschütze hier, wurde der Alarm gegeben, dass Unterwasserfahrzeuge unsere Unterwasserhindernisse durchquert hatten, als diese geöffnet waren, um eigene Schiffe in den Hafen einzulassen. Es wurde Befehl gegeben, die unteren Decks zu räumen und die ganze Schiffsmannschaft kam auf das Oberdeck. Dann wurde berichtet, dass zwei der italienischen Froschmänner gefangen und an Bord der HMS Valiant genommen worden waren. Sie sich aber weigerten zu verraten, wo die Minen platziert worden waren. Man brachte sie daraufhin hinunter in die Räume unterhalb der Wasserlinie. An Bord der Valiant wird das hier unten gewesen sein. Kurz vor 6 Uhr morgens sagten die Italiener dann den leitenden Offizieren, dass sie die Minen bei der HMS Queen Elizabeth gerade hier und unter dem Rumpf der Valiant dort platziert hatten. Zu dieser Zeit waren die Mannschaften der Queen Elizabeth schon zu ihren Messen zurückgekehrt und ich war gerade hier unten, als die Explosion vor sich ging. Die furchtbare Detonation sprengte den Maschinenraum vollständig. Auch alle diese Teile der Messendecks hier waren überflutet. Viele der Leute waren unten eingeschlossen und es gelang uns, hier seitlich zu den oberen Decks zu entkommen und dann hinauf zu unseren Geschützen zu rennen. Von dieser Position aus sahen wir dann, dass der Bug der Valiant abgesunken war, während die Queen Elizabeth praktisch bis auf den Hafenbooten gesunken war. Neun Besatzungsmitglieder der Queen Elizabeth waren getötet worden. Unter Seeboote kamen längsseits, von denen das Schiff mit Strom für Licht und so weiter gespeist wurde. Taucher wurden nach unten geschickt und sie sahen das Ausmaß der Beschädigung, das sich von hier bis hier erstreckte. Der gesamte Maschinenraum und Bordraum waren zerstört. Die Valiant wurde nach einiger Zeit für etwa drei bis vier Monate auf Trockendock genommen und dann folgte auch die Queen Elizabeth. Ungefähr 18 Monate bis zwei Jahre lang war das Schiff außer Aktion. Im Moment der Explosion schlägt eine gewaltige Ölfontäne aus dem Schornstein der Queen Elizabeth. Die Queen Elizabeth und auch die Valiant setzen auf dem Hafenboden auf. Und dann reißt eine dritte Explosion, dem Flottentanker Sagona, das Heck samt Schraube weg. Der Zerstörer Jarvis, hier ein wenige Tage zuvor aufgenommenes Foto, liegt direkt neben der Sagona, um Treibstoff zu übernehmen. Auch er wird beschädigt und verbringt die nächsten Wochen im Dock. Die Luftaufnahmen, die italienische Fernaufklärer am nächsten Tag bringen, beweisen, dass der Angriff der Torpedoreiter gelungen ist. Die Queen Elizabeth, das Flaggschiff der Mittelmeerflotte, erfüllt während der Zwangspause im Stützpunkt Alexandria vor allem repräsentative Zwecke. An Bord werden Empfänge gegeben, Besichtigungsführungen gemacht für die in Alexandria und Umgebung stationierten Truppen und insbesondere während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage werden Bordkonzerte und Tanzabende veranstaltet. Der englische Geheimdienst ist nämlich dahinter gekommen, dass die Italiener nur das Schlachtschiff Valiant für beschädigt halten. Admiral Cunningham, der sich gern den Kameras von Kriegsberichterstattern stellt, sorgt mit Einfallsreichtum dafür, dass keiner der zahlreichen Besucher auch nur auf die Idee kommt, dass unter der Wasseroberfläche im Rumpf der Queen Elizabeth Tag und Nacht gearbeitet wird, damit eine wenigstens provisorische Abdichtung der gut zwölf Meter großen Leckage erreicht wird. Die Beschädigung der Valiant lässt sich obgleich nicht größer als die der Queen Elizabeth nicht so gut tarnen. Das Schlachtschiff muss für mehrere Monate in die Werft. Inzwischen wartet vor der Nilmündung gegenüber Rosetta das italienische U-Boot, das die Torpedoreiter abholen soll, vergeblich. Denn auch Marcelli und Skergat sind vier Tage nach dem Angriff in der Nähe von Rosetta an der Mündung des Nils festgenommen worden. Die englischen Banknoten, die man ihnen als Fluchtgeld mitgegeben hatte, sind in Ägypten nicht gültig und haben sie in Schwierigkeiten gebracht. Vier Monate später, im März 1942, klärt Churchill in einer Geheimsitzung das Parlament über das Schicksal der beiden Schlachtschiffe auf. Die britische Mittelmeerflotte ist durch den wirkungsvollen Anschlag für längere Zeit nicht mehr existent. Nur das Kreuzergeschwader von Admiral Philip Wein und ein paar Zerstörer schwimmen noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017